Ich habe einfach eine andere Definition meines Lebens. Ich liebe und du fickst. Ich liebe ja auch. Ich bin für dich. Sorin, was ist denn das für eine Definition von Liebe? Das ist einfach purer Egoismus, das ist gar nicht. Am Samstag ist ein paar noch eine Demo an dem Helvetzerplatz. Komm, komm. Okay. Schauen wir mal. Ich weiss, wenn es ruhig ist, dann ist es am Schlimmsten. Ist so melodramatisch. Du verstehst einfach nicht, dass da in meinem Kopf etwas kaputt ist. Und zwar für immer. ARD Text im Auftrag von Funk Wie ist das? Wo ist das?